Willkommen zurück zu einer neuen Folge Army Man RTS. In der letzten Folge haben wir es dann doch geschafft, Bath of Glory hinzubekommen. Sind wir jetzt in der Mission One Man Army, weil von den Special-Trupskis nur noch Hoover übrig ist und wir müssen den Sakschen retten? Aktuell müssen wir erst mal auf ein paar Truppen warten und dann mal schauen, ob wir hier noch irgendwo ein paar Ressourcen finden können. Weil Strom ist nicht mehr viel da. Ich werde einfach mal so mit denen hier losfahren. Der Medic darf natürlich nicht einfach vorne wegrennen. Auf jeden Fall, schau da was zu sein. Da kommen die ersten Chopper an. Da müsste ich wohl doch ein paar Truppen mehr mitnehmen. Dann müssen wir auf den nächsten Half-Truck warten. Ja, der Maschika, der wird down gehen. Oder auch nicht. Medic! Heil! Heil ihn doch! Nein, Medic! Das geht ja auf den Medic, verdammt nochmal! Ich brauche noch einen Half-Truck. Was ist denn jetzt hier? Oh, ich habe kein Plastik. Ja, ich habe auch nur einen Sammler. Äh, zwei Sammler. Einen für Strom, einen für Plastik, weil ich einfach mal Ressourcen sparen muss. Ich habe ja nichts. Also wie ich das Game mittlerweile so einschätze, wenn da Ressourcen sind, sind sie auf jeden Fall bewacht. Der Medic dreht wieder am Rad und fährt einfach vorneweg. Stehen die sich auch noch gegenseitig im Weg rum? Oh, mein Weihrad der Action im Gange. Ne. Hört es sich nur so an? Äh, Ressourcen? Hallo? Irgendwas? Vielleicht hier in der Ecke? Nein! Nichts! Sag nicht, ich muss mit einer Handvoll Plastik auskommen. Oh, verdammt! Medic! Medic in Sicherheit bringen! Und den pflücken. Zusammen pflücken. Ja, ausgerechnet mein Medic angreift. Das geht so nicht. Lock und load, Mann! Lock und load! Ey, die Ameise haut ab. Hallo? Das ganze Ameisen-Armee hier. Was, äh, stimmt mit euch nicht? Aber züchtet ihr die hier, oder was? Nein! Truck, du musst die Wallye wenden! Oh, das war so klar. Da will man einmal nach Ressourcen suchen. Es ist jetzt leider irgendwelche gibt. Oh ja, da! Können die, äh, Bikini-Baut hier leer looten. Oh, nein! Zurück! Hallo? Zwei Wachtürme! Zwei Wachtürme, die die Ressourcen bewahren. Okay, die müssen unbedingt dran glauben. Plastik ist Ende. Ich muss hier die Hardtracks mal abbrechen, dass wir wenigstens noch ein paar Panzer kriegen. Wir haben auch ein paar Besuchermans, das passt dann. So, Medic. Du darfst hier mal so ein bisschen vor dich herum heilen. Direkt da vorne ist also noch Plastik. Aber ob wir da noch Strom herkriegen? Schwer zu sagen. Ich glaube, ich habe nicht genug Strom, um den ganzen Panzer zu bauen, die ich im Auftrag habe. Aber Plastik ist, kann ja Strom eigentlich nicht weit sein. So, die sehen aber gesundheitlich ganz gut aus. Bazooka-Truppen haben wir auch und es waren nur Wachtürme. Dann werden wir mal gucken. Oh, der erste Panzer ist fertig. Den nehmen wir natürlich auch gleich mit. Zwei Minensucher haben wir auch dabei. Wollen wir mal gucken, dass wir da den Gegner von unseren Ressourcen wegbekommen. Oh ja, Strom. Strom ist ja auch noch gleich. Das muss ich haben. Aber hier sind keine Wachtürme. Ah, hier waren sie. Wo sind meine Medics? Es stehen am Ende der Welt herum. Entweder laufen sie vorne weg. Oder sind sie am Ende der Welt. Medic. 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 Hallo? Du da? Nein? Unglaublich. Ja, denn macht halt nichts. Das könnt ihr ja scheinbar am besten. Jetzt müsste ich, glaube ich, doch noch einen Sammler dazu bauen. Weil jetzt habe ich den für Strom und wenn der andere auch durchdreht... Nee, tut er nicht. Er dreht noch nicht durch. Okay, wenigstens sammelt jetzt einer noch Strom. Gut, dass sie die Wachtturm genau neben diese Munitions-Dinger gepackt haben. Oh, da war ein Sniper. Ja, da war ein Sniper. Oh, schöne Explosion. Der Sniper überlebt es natürlich. Extremer Hardcore-Sniper, der überlebt einfach alles. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja schon mal ein bisschen aufräumen. Wollt ihr euch den Wachtturm jetzt vielleicht ganz genau angucken? Ihr sollt den angreifen. Und keine Sightseeing-Tour machen. Was ist denn mit euch? Was stimmt mit euch nicht? Was stimmt mit meinen Truppen nicht? Ach komm, geht zurück. Was stimmt mit euch verdammt nochmal nicht? Ihr sollt hier unten hinlaufen. Was ist denn daran so schwierig? Meine Güte. Truppen befinden sich jetzt auch nicht unbedingt auf so einem tollen geistigen Niveau heute. Was macht der denn da? Ich verstehe nicht, was meine Truppen hier gerade machen, aber ich glaube, sie verstehen es wohl selber auch nicht. Na ja, wenn wir doch noch einen Dampstruck bauen müssen, kostet er jetzt nicht so viel. Das werde ich auch schon mal da hinstellen. So, die Wachtürme sind weg. Das heißt, an das Plastik kommen wir auf jeden Fall ran. Strom scheint relativ viel drin zu sein. So in der Taschenlampe. Wie viele Mindsweep haben wir zwei. Zwei sind ganz gut, aber was bewachen die hier? So, ob hier irgendwas wäre. Ja, Linkszäune, Rechtszäune. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Enemy sighted. Ach komm, das waren nur Ameisen. Ja, Sir. Rolling. Seht ihr jetzt nicht ganz so wild? Rolling. So, du sammelst das. Oh, zwei sammeln jetzt Strom. Ist okay. Das ist halt das, was wir jetzt gerade primär unbedingt noch brauchen. So, vielleicht sogar die mitnehmen. Na, ich brauche immer noch mal ein paar von denen. Ich fand die Machine Gun auch eigentlich auch nicht schlecht. Nehmen wir noch mal ein paar von denen mit. Something hit us. Aber Panzer und, und, äh, Halftracks. Also, MG-Laster. Das heißt, sie bringen einfach am meisten zusammen mit ein paar Miedensuchern und Medics. Kann man da schon ganz ordentlich Randale mitmachen. Okay. Na, der Weg zum Strom ist schon weit. Aber jetzt hier extra für die paar Meter hier noch eine Ressourcenlage einbauen. Für diese Plastikverschwendung. Wo der Weg bis dahin ist wirklich weit. So flackert das Ding auf einmal so wieder so extrem. Die Kompatibilitätsprobleme. Sie sind wieder da. So, mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen was zerspröselt bekommen. Ja, wir haben ja eine Handvoll Panzer hier. So, ihr seid schon mal ein bisschen Platz schaffen können. Schon mal den Gegner einfach nicht zurückdrängen. So, der Bunker muss da weg. Der ist gefährlicher als den Wachtturm. Okay, Machine Gunner, Machine Gunner, Half-Track. Ah, der Half-Track ist schon fast da unten. Ah, erst mal den Turm. Die Medics, die heilen aktuell ganz ordentlich diesmal. Ist das ein Chopper? Oder ist er da gerade gefeuert? Na, nee, erst den Machine Gunner ausrotten. Und dann können wir uns um den harmlosen Gewand kümmern. Können wir uns den Medic Club machen, wenn die Truppen das unbedingt so haben wollen. Was war das eben? Ist das ein Panzer? Das ist ein Panzer, der musste erst weg. Der ist gefährlicher. Ah, der hat nicht mal viel. Der wird es gleich schön wegbröseln. Jo, genau so. Okay. Sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Strom. Ja, wird langsam. Wie viele Panzer haben wir? Ja, drei da. Wollen wir nochmal drei und drei, würde ich sagen. Ja, low plastic. Ich weiß. Ich weiß, dass Plastikgarten nicht so viel vorhanden ist. Medic. Du fährst nicht wieder vorne weg. War das ein Turm oder ein Chopper? Ein Turm. Das war ein verdammter Turm. Du hast es. Gut, dass der Medic vom Gegner nicht noch die Ameisen heilt. Haben die sich hier noch was gesichert irgendwo? Sieht so komisch aus, die Ecke da. Was macht ihr denn da? Macht doch die Ameisen hier alle. Ihr Deppen. Werdeck, jetzt haut doch nicht ab. Wow. Da steht ein Sniper oben drauf. Den haben sie ganz mies platziert. Da könnte ich aber auch einen raufstellen. Enemy sided. Enemy zerstört, würde ich ja sagen. Äh, Leute. Was ist mit euch? Ich hab vergessen, einen weiteren Medic zu bauen. Low plastic. Ich weiß, das brauchst du mir nicht jedes Mal sagen. Vielleicht komm ich doch irgendwann nicht mehr um einen zweiten Sammler hier rum. Oh, hier ist noch Kidner Base oder was? Oh, jede Menge Ameisen. Nö, so wie? Aber locker ist die Soldier Ameisen hier. Was stimmt mit euch nicht? Zerstöre ich halt das hier und was auch immer. Das sieht aus wie so ein Ameisenhügel in der Wohnung. Oh, das Ding hat aber ordentlich Trefferpunkte. Die spawnen alle da drin. Das heißt, wenn wir das Ding zerstören, dürften die erstmal nicht wiederkommen. Hoffe ich. Ist das hier was, ne Theorie? Wir wissen, tu ich das. Das ist ein Ventilator. Das könnte Strom sein. Das könnte eine Stromquelle sein. So, das Ding ist zerstörnd. Der Medic haut ab, okay. Und was ist hier unten? Auf jeden Fall ist hier ein Gegner. Aber was macht der hier? Außer so komisch vor sich hinbauen. Was bewacht der denn hier noch? Na, wir werden es gleich feststellen. Du hast es! Looten die jetzt noch die Taschenlampe eigentlich? Oder ist die schon leer? Ah ne, die wird noch leer geduckelt. Die haben hier noch Strom. Oh, Energie, aber die brauchen wir eigentlich gar nicht. Aber ich brauche, nee, kein Bulldozer. Ein Sammler. Weil jetzt auf einmal zwei Sammler der Meinung sind, sie machen Plastik statt Strom. Okay, Plastik. Erst haben wir es noch eingesammelt. Macht nichts. Okay, wir haben Strom, Plastik, Strom und da unten nochmal Plastik. Das Außen müssten gut aussehen. Ist das da oben denn nochmal Strom? Wir können das angreifen, aber warum? Wieso? Wieso könnten wir diesen Ventilator angreifen? Weil, äh, wird ja rot, der Mauszeiger, das heißt. Also, ein Zerstörer. Nein, der Miebensucher, ich brauche ihn noch. Der Medic ist gerade genauso gestört unterwegs. Äh, Leute, was ist denn jetzt? Werden mich side-ed? Die greifen meine Sammler an. Die greifen echt meine Sammler an. Seid ihr bescheuert? Noch ganz knusper, oder fad? Das habt ihr jetzt davon? Wo ist der... Oh, der Medic ist wieder am Ende der Welt. Du sollst die Truppen hier heilen. So, dann stellt ihr euch da hin. Und dann jetten wir nochmal da rüber. Erstmal Mainzweeper wieder heilen. Ja, er lebt wieder komplett. Ja, wir sind zwar nach oben links, aber hier ist ja auch noch irgendwas. So, wo sind denn hier die Gegner da? Okay, ist nur ein Medic, der hier so ein bisschen den Zaun vor sich hin heilt und schon wieder abhaut. Und dann jetten wir, ich habe ihn, ich habe ihn. Wofür ist das Ding gut? Er bewegt hier die Taschentücher. Ja, aber warum? Und wieso könnte man das Teil zerstören? Bringt, wo ist das was? Oh, Panzer. Aber der dürfte gar eine Chance kriegen, unseren Trupp hier haben. Eigentlich. Da ist noch ein Sniper. Mein Zwieber, zurück! Zurück! Weil den, äh, brauche ich noch. Nein, geh weg, geh weg, geh weg. Sniper weg. Aaaaaaah. Das war jetzt so, äh, nicht unbedingt geplant. Dass wir ja so ein bisschen in die Falle gelaufen sind. Medics, was ist denn mit euch? Wieso repariert ihr den dann nicht? Nein, erstmal den ja blabarren. Der könnte meinen Minesweeper ganz easy erledigen. Der haut aber ab. Achso, der Batterie. Ich zerstöre es einfach. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber... Für irgendwas wird es vielleicht gut gewesen sein. So, jetzt haust du aber nicht mehr ab hier, oder was? Natürlich hau da immer weiter ab. Ja, da hinten hört das, hört, 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 hört die Map irgendwann auf, ne? Ey, jetzt höre das unvermeidlich immer mehr hinaus. Jetzt haben wir ihn. Ah, hier war noch ne Batterie. Und ein paar Tortiglas. Tortiglas. Ein paar Chips. Und dann bin ich seitens... Nein, nicht mal mein Sweeper. All right, who's hurt? Advancing. Ja, hier ist ja irgendwo Minen liegen. Oh, hier ist noch so ein Ding. Da ist noch so ein Ameisenhügel, glaube ich. Wie sieht das da hier mit den Ressourcen hier aus? Strom. Ah, da fährt schon dahin zum Abbauen. Jetzt bauen allerdings drei Leute Strom ab. Und noch einer Plastik. Die schauen immer, das abzubauen, was man gerade braucht. Ja, ob wir diesen Gegner Base jetzt einnehmen können und ob wir den Sargent befreien, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis dann und ciao!